das ganze hier ist eine kurze kurzübersicht oder ansicht von den neuen debian 8.0 jesse das ganze ist ja eine live cd könnte natürlich starten die live cd und das system wird davon gebootet und ihr könnt auch direkt unter debian 8.0 kde live sofort arbeiten ihr könnt es aber auch von dort aus direkt installieren wenn ihr möchtet oder halt aus dem bootmenü heraus wie zu sehen war in der grafischen oberfläche und in der normalen ansi oberfläche gut damit lasse ich euch jetzt hier auch alleine denn wie gesagt das ist nur einfach eine ansicht hier und übersicht über das neue system und wer nicht bis zum nächsten mal ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.